Ich finde es gut, dass es eine Möglichkeit gibt, sich doch so im beruflichen Umfeld sportlich zu betätigen. Ich komme von der Robotron Saskia aus Chemnitz und bin heute das erste Mal hier zum Volleyball. Es ist mega, die Stimmung ist geil, das Wetter ist super, die Leute, besser geht es nicht. Ja, wir sind von Additive Drives, wir sind direkt hier gegenüber, spielen einmal die Woche hier Volleyball und freuen uns bei dem Turnier dabei zu sein. Genau, und es sind gute Mannschaften dabei, die Zweier- und die Viererteams, die machen hier richtig Ballett. Und jetzt schauen wir mal, was der Tag noch bringt. Verpflegung ist super, Musik ist super, Laune ist gut. Wir haben viel Spaß, es ist eine tolle WG-Veranstaltung und eine gute Gelegenheit, mal alle wieder kennenzulernen. Bis zum Abend. Sanft Qualität. Bis zum Abend. Bis zum Abend. Bis zum Abend. Wir freuen uns jetzt schon auf nächstes Jahr. Fetzt. Ich komme wieder. Vielen Dank.